Aber du verabschiedest, Innoissance und Schuldig auch. Deine eigenen Follower-Mudpott werden ohne dieses Wasser sterben. Wenn ihre Todes gebraucht werden, um diese Welt zu retten, dann ist das ein Verabschlag, den ich bereit bin. Du sprichst in schrecklichen Termen. Eine Person, eine Familie, eine Stadt. Seine Todes, genauso wie deine, sind insignificant zum größeren Gut. Das Schwert sagt es. Na, bravo. Au, 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 au. Schön. Ach, schade. Jetzt muss ich erst mal... Au, 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 au. Kette unterbrochen. Boah, gut, dass ich da noch was gefressen habe. Schau mal, Frau. Das gibt's doch gar nicht. Hier, mach mal was. Das ist doch nicht wahr. Jetzt aber. Ah, Mann. Verdammte Tat. Die haut eine ganz schöne Kelle raus. Jetzt aber. Dann müssen wir es eben so machen. Ist jetzt ein bisschen die Hasenfuß-Taktik, aber was soll's. Aua. Scheiße, jetzt hat sie mich doch nochmal getroffen. Jawohl, da haben wir sie. Wasser des Lebens Erfolg freigespielt. Der war eigentlich leicht, wenn man weiß, wie man es machen muss. Was? Was hast du gemacht? Jetzt habe ich ein bisschen Spaß in dir, ich hoffe. Ich kann es fühlen, dass die Schmerzen aus ihr Schmerzen ist. Wir haben es geschafft. Sie ist jetzt sicher. Du bist okay, Frau Tethys? Was ist diese Schmerzen, die Aura spricht? Ah, die war also von was befallen. Ich weiß, dass die Schmerzen aus ihr Schmerzen ist, Frau Tethys. Ich weiß, dass die Schmerzen aus ihr Schmerzen ist. Ich weiß, dass die Schmerzen aus ihr Schmerzen ist. Aber die Schmerzen aus ihr Schmerzen braucht. Ich weiß, dass die Schmerzen aus ihr Schmerzen aus ihr Schmerzen ist. Sie haben den Westen geflogen, in die Schmerzen aus ihr Schmerzen. Dann müssen wir in der Schmerzen. Ginger hatte auch die Schmerzen. Kinder war da auch. Bevor Sie gehen, vielleicht kann ich mich durch die Schmerzen aus der Schmerzen des Schmerzen. Auf der Basis der Schmerzen, es ist eine große Städte. Der Barand dieser Land ist ein Mann, der Name Kain. Er kennt ihr General. Woher weißt du das? Vielleicht nicht jetzt, aber ich kann sehen, dass du zuerst sehr nahe zu diesem General Geist. Du kannst es in meinem Vergangenheit sehen? Dein Seel ist fragmented, wie ein schattende Mürrchen. Ich kann nur Reflektungen in den brokenen Pielen sehen, und was ich sehe, macht wenig Sinn. Auch zu mir. Aha, wir waren also einer der näherstehenden Abgesandten des Generals. Jetzt kommt auch ein wenig was von unserer Vergangenheit hervor. Wir wussten ja schon, dass wir irgendwas damit zu tun haben, aber jetzt wissen wir noch mehr. Dafür habe ich jetzt A gedrückt. Jetzt muss ich nochmal A drücken, du Hammel. Kannst du nicht mehr sagen? Barron Fritz. Ich kann es nicht mehr sagen, Frau Tethys. Aber wir müssen uns in Haste machen. Es gibt ein Schattende in Mudpot, der sehr nahe zu sterben ist. Ich kann es jetzt fühlen. Diese Lebensversorgung ist sehr schrecklich. Wie kann ich das passieren? Was? Was habe ich gemacht? Wir haben keine Zeit, um zu verbreiten. Ist es ein Schottkotter zurück in Mudpot? Ja, natürlich. Genau hier. Aber ich glaube, dass du schon zu lange bist. Das hoffe ich auch mal nicht. Ich hoffe so, Fidget. Guten Tag, Frau Tethys. Guten Tag, Dust. Und gute Glückwunsch. Nicht hin. Hier gibt es sogar zwei Sachen. Ich denke mal, da oben wird... Scheiße. Scheiße. Verdammt. Ich weiß nicht, wo ich rein muss. Kann man nicht vorher nochmal abspeichern? Aber ich meine, das wäre hier ein Item gewesen. Neue Fertigkeit erworben. Fidget hat ein neues Geschoss. Ah, cool. Ach nee, scheiße. Das war der falsche da. Was kann der denn jetzt schießen? Ist ja interessant. Wow. Okay. Das bringt mich jetzt aber auch noch nicht ganz so viel weiter. Das ist nur zum Schaden machen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Schlammingen. Vielleicht müssen wir da später nochmal zurück, um die anderen Schätze alle zu bebergen. Wir scheinen... Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ach, jetzt sind wir wieder... Wo sind wir hier? Moment. Gehen wir da nochmal? Ah, da kommen wir wieder zurück. Okay. Gut, dann hat sich das Thema ja eh erledigt. Da hätte ich ja gar keine Angst haben brauchen, dass wir da irgendwas verpassen. Ja, dann... Aber hier ist auch wirklich nur Sackgasse, so wie es ausschaut. Weil rechts und links geht es ja nicht weiter. Komisch, dass das auf dem Radar oder auf der Mimimap angezeigt wird, als weiterkommen. Äh, ich würde sagen, vielleicht können wir jetzt was mit der Frucht hier tun, wenn wir die mitnehmen. Jo, tatsächlich. Hey, schau, Licht! Banzig, das. Ein finales Gebet von Lady Tethys, so sieht es aus. Das wird helfen, wenn wir auf die Grundlage zurückkommen müssen. Aber jetzt müssen wir Bopo finden. Lady Tethys sind überzeugt, dass wir zu lange kommen würden. Wir werden da in Zeit kommen. Wir müssen da. Wir haben alles gemacht, was wir zu tun haben. Du hast viel zu lernen, über die Welt, Fidget. Manchmal ist sogar dein Bestes nicht genug, um das Gebet zu verletzen. Komm, lass uns Haste in die Stadt machen. Wir müssen auf jeden Fall abgeben. Ein paar Quests. Du hast doch was. Hallo wieder, Flo-Hop. Hallo, junger Mann. Ich hoffe, du bist gut. Wir haben ein paar Kumpels von römer Mosse für dich. Oh, mein, ja. Diese sind herzlichen. Sie werden mir lange dauern. Hier, warum nicht du ein bisschen bleiben und ein bisschen Soup haben. Garantiert, das beste Soup, du hast ever gehabt. Ah, ich empfehle den Offen, aber wir sind ein bisschen in der Römer. Also, wir werden es gehen. Das ist eine gute Idee. Okay, hier geht's. Nimm jetzt. Danke, Flo-Hop. Geh dir. Willkommen zurück, Dost. Wir haben immer deine Firma gefühlt. Okay, da ist also nichts mehr. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier noch was haben. Oh, Opa hat was. Wir haben deine Schiebgeber gefunden. Sie seien nicht so zu beschäftigt, dass sie verloren sind. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie du diese Dinge mit dir gehst. Dankeschön, du bist eine gute Person. Hier, hab ein bisschen Wohl für meine Flock. Verrückt mir, das ist preis-Stuff. Du bist so gut in dieser Welt, Son. Leute wie dich sind immer willkommen hier in Mudpark. Mann, 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 Ey, Fidget, das ist echt der Hammer. Die Frau soll zumindest eine Frau darstellen, gehe ich mal von aus. Okay, Gäppis Schaf. Haben wir da jetzt was bekommen, oder was? Äh, Moment, Moment. Oh, die Karte, die sieht ja heftig aus. Missionen. Staub zu Staub. Du bist, äh, bist dir mit der Herrin Teil einig geworden und sie hat den Strom des Mineralwassers wieder zum Fliesen gebracht. Kehre nach Schlammingen zu Bopo zurück. Eine bessere Fidget. Smobo in Schlammingen besteht darauf, dass sie Fidget haben muss. Du widerstehst dem Drang, ihr die echte Fidget auszuliefern und entschließt dich, einen würdigen Ersatz zu finden, um am besten in Form einer Fidget-Puppe. Die beste Chance hast du bei, beim Kaufmann im Dorf Aurora. Ah, okay, dann müssen wir hier auf jeden Fall nochmal hin zurück, aber vorher nach Aurora. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo der Typ ist, mit dem wir hier quatschen sollen. Ist das der Opa? Blob. Okay, Blob ist das nicht. Moment, hatten wir da nicht auch noch eine Mission? Besser als nicht für Kobold heute. Hatten wir das nicht schon gemacht? Hatten wir nicht schon eine Kiste gefunden? dass sie sich im verborgenen Hain versteckt haben könnte, nachdem sie aus Grubenheim geflohen sind. verlorf. Zum Hain müssen wir also auch noch. Heiligsbleche. Was hier alles so an Missionen ist, die ist es nicht, da kommen wir auch nicht rein. Ich weiß, hier war auch noch irgendein Haus, wo wir rein konnten. Oh, was ist hier los? Schau, schau, das Wasser ist rauf. Du hast es geschafft! Wir kamen so schnell wie wir können. Wo ist deine Mutter? Dein Baby dabei. Wie süß. Oh nein. Ist er gestorben? ist er gestorben? Ja. Aber es war nicht genug. Oh nein. Du kannst nicht gehen. Du hast die Wasser rauf. Und er hat. Ich bin sorry, sweetheart. Ich bin wirklich. Er war so ein kämpfer. Es war... Es war nur sein Zeit. Und wenn es kommt, da nichts kann man tun. Aber wir haben das Wasser rauf. Wir... Wir haben Finget. Wir waren fast genug. Dammit! Wir waren fast genug! Dusk, du stopst das Moin gerade in diesem instant. Du hast was du could. Du hast mehr als jemand. Und für das, du verdienst all our thanks. Du hast ein sehr trauriges Ende. I don't understand. We got the water running. We did everything we were supposed to. Fidget, it's like what Bopu's mother said. When the life thread calls for you, you must go. He was fated to pass, and there is nothing we could have done to stop it. That doesn't excuse this, Ara. Did you know? Did you know we'd be too late? Vielen Dank.